Wolf Wölfer Wolf Autor de Seltsam Kenzi Die Filmbilder wurden in Alaska gedreht. Der Wolf, Canis Lupus, ist eine Raubtierart aus der Familie der Hunde, Canide. Wölfe leben und jagen im Rudel, Hauptbeute sind mittelgroße bis große Huftiere. Die Art war früher auch in ganz Europa verbreitet, wurde jedoch in West- und Mitteleuropa weitgehend ausgeroddet. Deutschland wurde erst Ende der 1990er Jahre wieder besiedelt, im Jahr 2000 wurden erstmals Welpen festgestellt. Wölfe haben schon frühzeitig Eingang in die Mieten und Märchen vieler Völker gefunden, sie zählen daher zu den bekanntesten Raubtieren. Grundsätzlich ähnelt der Wolf einem großen Haushund, wobei der Rumpf im Vergleich zu ähnlich gebauten Haushunden länger und der Brustkorb höher, aber schmaler ist. Der Kopf ist relativ groß, die Stirn ist breit. Die Augen setzen schräg an, die Ohren sind eher kurz. Der buschige Schwanz hat etwa ein Drittel der Körperlänge. Eckige Klammer auf 1 Eckige Klammer zu. Die Farbung ist sehr variabel, es gibt weiße, krimifarbene, dunkle, gelbliche, rötliche, graue und schwarze Wölfe. In den gemäßigten Zonen Europas und Asiens überwiegen graue Wölfe, die nördlichen Populationen zeigen größere Anteile schwarzer und weißer Tiere. Meist überwiegen dunkle Haare auf dem Rücken und dem Schwanz. Bauch, Beine und Schnauze sind meist deutlich heller gefärbt. Nach genetischen Untersuchungen beruht die schwarze Fellfarbe bei Grau-Wölfen auf einer Mutation, die zuerst unter Haushunden auftrat und später in die Wolfspopulation gelangte. Eckige Klammer auf 2 Eckige Klammer zu. Wolf im Profil, CL Lupus. Maße und Gewichte des Wolfes sind aufgrund seines ausgedehnten Verbreitungsgebietes sehr unterschiedlich, siehe bergmannischer Regel, die größten Wölfe in den Waldzonen Lettlands, Weißrusslands, Alaskas und Kanadas erreichen eine Kopfrumpflänge von bis zu 160 cm, der Schwanz ist zusätzlich bis zu 52 cm lang. Die Schulterhöhe beträgt etwa 80 cm. Diese Wölfe können bis zu 80 kg wiegen. Die kleinsten Wölfe leben im vorderen Orient und auf der arabischen Halbinsel. Ihre Körperlänge beträgt etwa 80 cm bei einem Gewicht von rund 20 kg und einer Schwanzlänge von etwa 29 cm. Die Weibchen sind um 2 bis 12 % kleiner als die Rüden und 20 bis 25 % leichter. Mitteleuropäische Wölfe liegen zwischen diesen Extremen. Männliche polnische Wölfe aus dem Bialowica-Urwald hatten eine Körperlänge, ein schließlich Schwanz, von im Mittel 119 cm, Extreme 140 bis 195 cm, und eine Schulterhöhe von 70 bis 90 cm, Weibchen aus demselben Gebiet eine mittlere Körperlänge von 111 cm, Extreme 97 bis 124 cm, und eine Schulterhöhe von 60 bis 80 cm. Männchen aus dem Südosten Polens wogen 35 bis 67 kg, Weibchen 27 bis 50 kg. Eckige Klammer auf dreieckige Klammer zu Polarwolf Unterschiede zum Haushund Haushunde sind domestizierte Formen des Wolfes und gehören daher ebenso wie der Dingo der gleichen Art, Canis Lupus, an. Anhand einiger charakteristischer Merkmale ist die Unterscheidung von Wölfen und Haushunden meistens möglich, wobei das Ausmaß der Unterschiede je nach Hunderasse stark variieren kann. In einigen Fällen ist es allerdings sehr schwierig, festzustellen, ob ein Individuum ein zu 100% reiner Wolf bzw. Haushund ist. Morphologische und anatomische Unterschiede Wölfe tragen ihren Schwanz meist waagerecht oder etwas gesenkt, Hunde hingegen oft nach oben oder eingerollt. Wölfe haben eine Wealdrüse an der Oberseite des Schwanzes, die bei vielen Hunden fehlt bzw. reduziert auftritt, bei anderen aber ein weites Drüsenfeld bildet. Eckige Klammer auf vieleckige Klammer zu insbesondere am Schädel lassen sich zahlreiche Unterschiede zwischen Wolf und Hund feststellen, dies betrifft unter anderem die Form der Augenhöhle, der Ohrmuschel, des Presphenoids, des Basis Vumerus, der Fissura Petrobasialis sowie die Form des Unterkiefers und die Anordnung der Schneidezähne im Unterkiefer. Weitere Unterschiede Wölfe bekommen nur einmal jährlich Nachwuchs, Hunde meist zweimal. Bei der Entscheidung, ob Pferden Hunden oder Wölfen zuzuordnen sind, hilft der Verlauf dieser Pferden. Wölfe setzen im Schnee ihre Hinterpfoten in die Abdrücke der Vorderpfoten, so, im Rudel laufen sie hintereinander und setzen ihre Pfoten in die Abdrücke des Vorderwolfes. Daher entsteht oft der Eindruck, dass man der Spur eines einzelnen Wolfes folgt, bis sich die Fährte plötzlich in mehrere Individualpferden aufteilt. Verbreitung und Lebensraum Verbreitung des Wolfes Grün gleich aktuell, rot gleich ehemalig Der Wolf war bis zur Entwicklung von Land- und Herdenwirtschaft das am weitesten verbreitete Raubtier der Erde. Er war in ganz Europa und Asien bis nach Nordafrika sowie in Nordamerika beheimatet. In weiten Teilen dieses einst riesigen Verbreitungsgebietes, besonders im westlichen Europa und in Nordamerika, wurde die Art durch menschliche Verfolgung ausgerottet. In Osteuropa, auf dem Balkan, in Kanada, Sibirien, der Mongoli, und zu einem geringeren Grade dem Iran gibt es noch größere zusammenhängende Populationen. Ansonsten ist der Wolf heute nur in isolierten Beständen, manche umfassen weniger als 100 Tiere, anzutreffen. Wölfe bewohnen eine Vielzahl von Habitaten. Ihre hohe Anpassungsfähigkeit lässt sie in der arktischen Tundra ebenso leben wie in den Wüsten Nordamerikas und Zentralasiens. Die meisten Wölfe bewohnen Grasland und Wälder. Dass sie vor allem als Waldtiere bekannt wurden, liegt daran, dass der Mensch sie in großen Teilen des Verbreitungsgebietes frühzeitig aus offeneren Landschaften vertrieben hat. Systematik Nach Bibikow ist die Unterartengliederung bis heute umstritten. Seit 1985 gibt es Versuche einer genetischen Revision der Unterarten des Wolfes, Mitochondrial-DNA-Method. In den letzten Jahren hat man sich weitgehend auf eine Einteilung in 13 lebende und zwei ausgestorbene Unterarten geeinigt. Hausund, Canis lupus familiaris, sowie Neuguinea-Dingo, Canis lupus-Hallstrom, und australischer Dingo, Canis lupus-Dingo, sind durch Domestizierung entstandene Unterarten des Wolfs. Wegen ihrer teilweise erheblichen domestikationsbedingten Unterschiede zu den Wildformen wird auf die betreffenden Einzelartikel verwiesen. Unterarten Unterarten Undere Unterart Sehr variable Fellfarbe von Weiß bis Schwarz, meist jedoch Braun. In Teilen Kanadas legal bejagt, gefährdet. Büffelwolf, Canis lupus-Hallstrom-Dingo. Untertitel Untertitel